Dieses Video ist so ein bisschen ein How-to, wie man Kellerautomaten für eine gegebene Sprache konstruiert. Und die Sprache, die wir hier angucken, ist die Sprache WCW hoch R. Gucken wir im ersten Schritt diese Sprache einmal etwas genauer an. Die Sprache sieht so aus, dass wir zuerst ein Teilwort W haben, dann kommt der Buchstabe C und danach kommt das gleiche Teilwort vom Anfang nochmal gespiegelt. Die Besonderheit hier ist, dass dieses W ein beliebiges Wort sein darf, was A's und B's enthält. Es darf auch das leere Wort sein, aber es enthält keine C's. Das heißt, wir haben einen Marker, der uns hinter die Mitte angibt, und zwar das C. Und links davon steht das Wort und rechts davon steht das gleiche Wort nochmal gespiegelt. Das ist ein bisschen die Idee bei dieser Sprache. Und wenn wir jetzt schon mal an Kellerautomaten denken, dann stellt mal Folgendes fest. Wenn wir so ein Wort nehmen, was in der Sprache liegt, zum Beispiel das hier, wir haben A, B, B, dann kommt das C, dann haben wir das ganze Wort nochmal, also das Anfangsstück nochmal gespiegelt, also B, B, A. Wenn wir da jetzt die Idee verfolgen würden und einfach mal die Buchstaben einkellern, die kommen, also in den Keller tun. Wir fangen erstmal an, Buchstaben in den Keller zu tun. Unser Keller sieht dann ja so aus. Das soll mal der Keller sein. Initial ist irgendwas drin, spielt keine Rolle. Aber, wenn wir die Buchstaben reintun, kommt zuerst das A rein, weil wir lesen die Eingabe ja von links nach rechts. Das heißt, nach unten kommt das A, da drauf das B und da drauf das zweite B. Und an der Stelle stellen wir fest, dass der Buchstaben, den wir zuletzt eingekillert haben, ganz oben ist und der Buchstaben, den wir zuerst eingekillert haben, ganz unten. Das ist nicht so richtig überraschend, weil Stack ist ein LIFO, also Last In, First Out. Aber das bedeutet quasi, dass das Wort, was wir eingekillert haben, jetzt schon gespiegelt im Keller steht. Und das ist natürlich sehr praktisch. Diese Idee behalten wir jetzt im Hinterkopf, wenn wir den Kellerautomaten tatsächlich konstruieren. Wenn man so einen Automaten konstruieren will, was wir sicher brauchen, ist ein Startzustand. Nehmen wir uns erstmal hier und nennen den Q0. Wir hatten überlegt, dass es eine gute Idee wäre, die Buchstaben, die kommen, einzukellern. Das heißt, in dem Startzustand fangen wir erstmal an, die Eingabe einzukellern. Das sieht dann so aus, dass wir Transitionen haben, die sagen, wenn wir ein A lesen und oben auf dem Keller unser Bodenmarker liegt, dann fügen wir das A hinzu. Das heißt, wir legen den Bodenmarker nach unten zurück und da drauf das A. Und dann sprechen wir, wenn wir ein B lesen und den Bodenmarker finden, kommt das B obendrauf und der Bodenmarker auch wieder zurück. Leider gibt es aber nicht nur die beiden Möglichkeiten, sondern ganz viele, weil es kann ja nicht nur sein, dass der Bodenmarker obendrauf liegt, sondern es können auch A oder B oben drauf liegen. Dann müssen wir das natürlich auch nochmal alles aufschreiben. Das heißt, wir müssen auch den Fall aufschreiben, dass wir ein A oben haben, ein A einlesen, ein B oben auf dem Stack haben und dann soll das A eben auf den Stack drauf auf das B. Sprechen wir, wenn wir ein B lesen und ein A oben haben, dann kommt das B oben auf das A drauf. Und so sind alle Transitionen jetzt hier gebaut. Die sollen einfach nur die Eingabe, die kommt, in den Keller einkellern. Wenn wir dann irgendwann mal ein C lesen, dann wollen wir den Zustand wechseln, weil dann wissen wir, dass wir die Mitte gefunden haben. Das heißt, da müssten wir den Zustand wechseln und später ein Matching machen, um zu gucken, ob das, was dann kommt, wirklich dem entspricht, nur in gespiegelter Version, dem Teilwort, das wir schon gesehen haben. Und was wir deswegen machen ist, wenn wir ein C lesen, ist es egal, was im Keller ist. Das heißt, egal, ob es Z0, A oder B ist. Wir gehen auf jeden Fall in den Zustand Q1 und lassen den Keller unverändert. Im Zustand Q1 schließlich, da machen wir dann Matching. Das heißt, wenn wir ein A lesen und ein A oben auf dem Stack liegt, dann kann es runter, dann wird es gepoppt. Und dann sprechen wir, wenn ein B lesen und ein B obendrauf liegt, dann wird es auch gepoppt. Sollte das nicht matchen, also sollten wir ein A lesen und ein B obendrauf haben auf dem Stack, dann gibt es hier einfach keinen Übergang, den der Automat nehmen könnte und der bleibt einfach stecken, ohne zu akzeptieren. Sollte das aber alles gut funktionieren und sollten wir irgendwann mal den Bodenmarker wiedersehen, also an dieser Stelle, dann können wir einfach einen Übergang nehmen und in den Endzustand übergehen. Weil dann haben wir ja mit dem zweiten Wortteil alles abgearbeitet, was wir beim ersten Wortteil auf den Stack gepackt haben. Sollten jetzt an dieser Stelle noch weitere Buchstaben kommen in der Eingabe, weil das Wort zu lang ist, dann kann das Wort nicht vollständig abgearbeitet werden, weil es in diesem Zustand keine ausgehenden Kanten gibt, dann wird der Kellerautomat nicht akzeptieren, genau wie es auch sein soll. Fassen wir jetzt die Idee der Konstruktion nochmal zusammen, dann sehen wir, dass wir zuerst so einen Teil haben, in dem wir etwas einkellern. Das ist auch ganz typisch, das hat man häufig. Also der erste Zustand, da geht es darum, wir kellern etwas ein. In dem Fall hier ist das jetzt genau das Wort, was wir lesen, das könnte aber auch was anderes sein, wie zum Beispiel in dem A hoch N, B hoch N-Fall, da hätte uns die Anzahl gereicht. Danach, im zweiten Schritt, haben wir dann so ein Matching, das ist auch ganz typisch. Da vergleichen wir dann irgendwas. Das kann wieder das entsprechende Wort sein, das kann natürlich auch nur eine Anzahl oder sowas sein. Und der dritte Teil, der interessant ist, das ist die Akzeptanz. Wenn wir nämlich hinterher unseren Bodenmarker wiederfinden, dann wissen wir, dass das Matching funktioniert hat und dann wollen wir entsprechend akzeptieren. Und diese drei Teile, die hat man sehr häufig bei Kellerautomaten, wenn man die konstruiert. Gucken wir zum Abschluss noch einmal an, wie jetzt so ein Kellerautomat ein Wort der Sprache abarbeiten würde. Und das notiere ich in dieser Konfigurationsnotation. Zuerst sind wir im Zustand Q0 und das Wort, was wir abarbeiten wollen, was wir überprüfen wollen, das könnte vielleicht A, B, C, B, A sein. Und initial ist der Bodenmarker auf dem Stack. Was tut jetzt der Kellerautomat? Der Kellerautomat bleibt im Zustand Q0 und der nimmt das A aus der Eingabe, das heißt, das kommt da raus, wir haben also nur noch B, C, B, A in der Eingabe und führt das auf den Keller, legt das auf den Keller, oben drauf. Das heißt, da haben wir jetzt AZ0 auf dem Keller. Dann kommt entsprechend das B, wir bleiben im Zustand Q0, haben noch C, B, A zu lesen, haben jetzt ein B, C, Entschuldigung, B, A, Z0 auf dem Stack liegen. Und da sieht man schon, das liegt jetzt genau einmal gespiegelt auf dem Stack. Und passt dann genau zu der Eingabe, die noch kommen wird. Jetzt sehen wir das C, das heißt, wir wechseln den Zustand in Q1, konsumieren dabei das C, haben noch B, A zu lesen, haben auch noch B, A, Z0 auf dem Stack. In Zustand Q1 machen wir dann das Matching, das heißt, wir matchen zuerst das B, also dieses B hier, gegen das B da. Das heißt, das B kommt raus, wir haben nur noch ein A in der Eingabe und auch nur noch AZ0 auf dem Stack. Das Ganze machen wir dann für das A nochmal. Dann haben wir die Eingabe vollständig abgearbeitet, das heißt, hier steht jetzt ein Epsilon und wir haben nur noch Z0 auf dem Stack. Und jetzt können wir die Transition hier an der Stelle nehmen, die uns in den Endzustand überführt. Und wir landen schließlich in der Konfiguration Q2, Epsilon, Z0. Und die ist akzeptierend. Und so haben wir das Wort akzeptiert.